Dies ist die Neujahrsansprache von mir, von Manuel Hafner. Ich will mich recht herzlich bei allen Menschen bedanken, die mir im vergangenen Jahr, im Jahr 2012, viel Kraft, viel Unterstützung und die Liebe gegeben haben, die Liebe, die ich brauche, um einfach den Alltag bewältigen zu können, meine lieben Freunde. Ich habe circa die letzten drei Monate nur nachgedacht, wie ich mich bei euch allen bedanken kann und mir ist dann eingefallen, gestern, ich mache das hier über ein Video, ich habe mir gedacht, ich mache was ganz Neues und ein guter Freund von mir, den habe ich gestern gesehen, der hat auch ein Video gemacht und hat sich bei seinen Liebsten bedankt und dies will ich auch tun. Das ist eine Ansprache an das Volk, an das Österreichische. Und ich will mich recht herzlich bedanken und freue mich schon, euch wieder alle zu sehen, wenn wir dieses Jahr spielen. Ich gebe jetzt sehr viele Konzerte mit der Cellistin Nadja Milfeit, wo wir zu zweit er, so ein Kabarettprogramm, und mit meinem Freund, mit der wunderschönen Band. Wir haben auch schon einige Konzerte für 2013 geplant und wir freuen uns sehr, euch zu sehen. Es ist sehr schön. Danke und Prosit Noia, meine Freunde.